Bei mir ist schon bombastisch aus, deine, 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 deine schaut richtig geschissen aus, aber es ist ja wurscht, du für die erste, für die erste Aufnahme passt schon, die erste Aufnahme ist jetzt eh schon Variante 3, weil beim ersten Mal dein Internet komplett im Arsch war, beim zweiten Mal deine Kamera komplett im Arsch war, aber ja, drittes Mal, wie sagt man, third, third time is a charm, or the third time is a, oh, der kann nicht mehr, hallo, los geht's, hallo, 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 da Sven und ich quatschen jeden Tag ungefähr, ich würde nicht, ich würde es nicht übertreiben, ich würde aber nicht untertreiben, ich würde sagen, drei bis vier Mal am Tag schon für so zehn bis maximal eine Stunde am Tag, zwei Stunden, ja, und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen jetzt einfach das Ganze, statt dass wir uns am Telefon, FaceTime immer anquatschen, quatschen wir uns jetzt einfach über diese Plattform an, das ist jetzt was Neues für uns, und wir nehmen uns aber auch auf und nehmen uns einfach mit als Podcast Variante. Ja, genau, das machen wir, ich muss mich erstmal akklimatisieren, weil mein Bild sieht echt so viel behinderter aus im Gegensatz zu deinem, aber gut, let's do it. Bist du gerade irgendwo am umdummfummeln mit irgendwas, weil ich höre das ganz laut, besser ist es, gut, so, ja, Junge, das ist professionell, ich weiß nicht, was du glaubst, das ist nicht mehr FaceTime jetzt, jetzt ist der Bartl pur komplett dabei mit Creating wieder, Es war eh schon so lange, habe ich nichts mehr kreiert, weil ich mich einfach komplett in mein neues Business reingelebt habe, aber jetzt habe ich einfach die Brain Capacity Video wieder, dass ich mich hinsetze und einmal was produziere. Ich will aber jetzt über was Geiles reden, ich glaube, das ist nämlich ein Punkt, da haben wir eh schon vorgestern drüber geredet, gestern haben wir es aufgenommen, was nicht funktioniert hat, und jetzt will ich nochmal drüber reden, Freunde. Freundschaft, genau. Ja. So wie du eigentlich auch schon gesagt hast, es ist, wir quatschen eh so oft, und wir haben, auch wenn wir jetzt was unterschiedliches machen, wie du zum Beispiel jetzt mit Real Estate oder bei mir mit Medien, Medien hast du schon durchgespielt, Level 100 durchgespielt. Naja, durchgespielt würde ich jetzt nicht sagen, ich habe es gemacht, bist du schon wieder am Hängen, Alter? Und das finde ich so geil, obwohl du in Miami bist. Was? Alter, du hast gerade Schwerstens am Hängen. Sag nochmal den Punkt mit, ich bin in Amerika, er ist in Deutschland, das heißt, diese Probleme werden wir haben, dass einfach die Verbindungszeit, weil es ein bisschen Arsch ist, obwohl ich das schnellste Internet auf der ganzen Welt habe, aber kleine Technik, 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 Technical Problems werden wir haben. Also nochmal, ich bin in Florida, er ist in Deutschland, weiter geht's. Genau. Das Ding ist, trotzdem, dass ich meinen Freundeskreis hier in München habe, bist du einer der wenigen, mit denen ich wirklich am meisten telefoniere. Und obwohl wir unterschiedliche Richtungen im Beruflichen gehen, ist es tatsächlich so, dass wir uns halt austauschen, weil unsere Denkweise sehr ähnlich ist. Beide große Visionen und ich kann dir Probleme schildern und du hast dann aus deiner Erfahrung vielleicht einen Tipp für mich oder wir teilen halt wirklich so unsere Learnings und bevor dann der andere auch den gleichen Fehler macht und das finde ich halt so geil und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt, was Freundschaft angeht ist, dass man sich entweder den Arsch tritt oder vor den Fehlern, die man selber gemacht hat, auch beschützen kann und auch über Themen reden kann. Ja, ja, guter Punkt. Wie wir uns kennengelernt haben, das ist ein Punkt gewesen, wo ich selber ein bisschen, ich will nicht sagen, damit mich beschäftigt habe, aber mir ist es einfach aufgefallen. Ich fange jetzt an, je älterer ich will, umso mehr Self, wie sagt man, Reflection mache und will einfach wissen, warum ich manche Dinge mache und manche Dinge einfach nicht mache. Was mir auffällt, ist, je älterer ich will, umso weniger erlaube ich neue Freundschaften in meinem Leben. Das kann halt sein, da haben wir darüber gesprochen, kann halt sein, dass in der Vergangenheit viel, wie sagt man, wenn man jung ist, ist man sehr offen und man vertraut an jeden und gibt jedem den Benefit of the Doubt. Ja, jeder ist genauso loyal wie ich, alle haben nur das Beste im Sinne und da verbrennst du halt einfach relativ schnell. Und ja, ich glaube, dass bei mir das genau der Punkt war, wo einfach so oft schon so viel, wie sagt man, Missbrauch passiert ist, dass ich einfach sehr vorsichtig bin, neue Menschen in mein Leben reinlassen. Und das beste Thema war, oder bestes Beispiel warst du, wie du mir aus, ich habe ja nicht gewusst, wer du bist, was du machst und hast mir einfach geschrieben, auf, ich weiß nicht, war das eine E-Mail oder Instagram? Instagram war das. Instagram hat er mir geschrieben und hat gesagt, Kerstin will ja, ich arbeite für ProSieben, lass uns ein Interview machen, das haben wir dann auf Tough und dann gehen wir ab. Und ich habe mir gedacht, okay, schauen wir mal, was würde denn überhaupt, also keine Ahnung, was bringt dem das, weißt du, habe dann aber gleich zweimal mit dir telefoniert, habe da gesagt, ja, ich will eigentlich alles machen und das lasse ich dir erzählen. Ich habe dir einfach direkt gechallenged. Nein, 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 das war nicht so, dass wir telefoniert haben, du hast es mir getextet, hast du eigentlich relativ schnell, ich war verwundert, dass du mir so schnell geantwortet hast, nach 10 Minuten hatte ich eine Antwort, ich habe gedacht, der antwortet eh nicht, aber gut, lassen wir es mal sein. Und dann kamen eigentlich nur Nachrichten, hast gleich gesagt, ja, im Prinzip, ich hätte gerne einen TV-Beitrag, online, machen wir das, das, das. Moment, ich weiß, das ist ja nicht so einfach geklettert, aber ich weiß auch ganz genau, das war mir bewusst, weil ich ja auch schon einige Jahre in den Medien war, wahrscheinlich bei der Größe und du warst ja da auch zum Peak mit all deinen Friends in Amerika, wo ich ja, warum ich dir geschrieben habe, war einfach, ich habe so Respekt für das, was du aufgebaut hast. Ich will, wenn dann, und ich habe sowieso immer nur mit Älteren oder mit Leuten, die weiter sind, zu tun gehabt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich von Leuten lernen kann, dann ist es von jemandem wie dir, und da muss ich aber, mir ist auch bewusst, ich muss halt Mehrwert liefern, weil ansonsten denkt er, er will mich ausnutzen, so wie die ganzen anderen Spacken, die halt da draußen rumlaufen, die mir auch immer alles irgendwie was versprochen haben und nur labern. Und deswegen, ich fand es auf der anderen Seite auch wieder gut, das hat mich challenged, aber es war am Anfang schon viel. Und als wir uns dann getroffen haben, das fand ich so geil, war es relativ schnell bei uns schon so, dass wir auf einer Wellenlänge waren und ich gemerkt habe, okay, das könnte tatsächlich auf eine Freundschaft hinauslaufen, langfristig gesehen, weil ich habe die besten Intentions, das weiß ich, aber bei dir weiß ich auch, dass da erstmal so ein Block von vorne ist, wo du sagst, ey, muss ich mir auch erstmal anschauen, den Typen. Ja, nein, das war, das war, ja, war gut, dass wir das so angegangen sind, also Step by Step, ich habe dich gleich gechallenged, weil du wissen, ob du nur große Pappen hast oder ob du auch was dahinter war und dann hast du jetzt mehr innerhalb von einer Woche eigentlich rein theoretisch alles umgesetzt, was ich haben wollte und dann haben wir uns gleich getroffen. Dann haben wir gesagt, okay, passt, der macht das. Dann bin ich nach Österreich geflogen, haben das alles aufgenommen mit ProSieben, du hast die ganzen Produzenten und so weiter mitgehabt. Am Abend haben wir dann noch Videos, oder am nächsten Tag haben wir dann noch Videos dreht mit, weiß ich nicht, 20 Leuten, die er organisiert hat, weil ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, ich bin in Amerika, ich kann es nicht in Deutschland und Österreich Leute suchen, die dann in Videos drin sein wollen. Und der hat dann aber 20 Leute dort gehabt, die ich alle nicht kannte, by the way, aus Österreich, ich war ja sonst immer nur in Deutschland. Der war sehr überrascht und haben mir gedacht, geil, Alter, der zieht durch. Und das war einmal der erste Step, wo ich mir gedacht habe, geiler Typ. Dann haben wir genau den gleichen Schmäh gehabt, der hat genau gleich Depp an dem Schädel, wo ich mir gedacht habe, das ist auch lustig, der versteht meinen Schmäh und die ganzen Dummheiten, die ich im Kopf habe. Und das hat einfach perfekt passt. Und dann über die nächsten Jahre, das war, wann war das? 2017? 18. 18? 18 muss das gewesen sein. Ich glaube, 17 habe ich dir angeschrieben und 18 haben wir uns dann im März getroffen, weil das war da deine Kosten. Sechs Jahre. Ja. Sechs Jahre. Und vor allem, man muss auch sagen, das hat auch, das hat schon Jahre gedauert, bis sich dieser gegenseitige Trust auch dann aufgebaut hat. Also ich war ja drei Monate in L.A., da haben wir uns dann auch viel gesehen, haben auch immer wieder gedreht und so weiter. Also auch, ich habe auch vor allem gemerkt, du beschützt auch deinen Freundeskreis oder die Leute um dich rum, weil halt so viele Leute irgendwie an euer Netzwerk wollen und so weiter. Und ich glaube, am letzten Tag, als ich da war, hast du mir dann einen Mann da vorgestellt, der auch gemerkt hat, okay, das ist so das erste Vertrauensding, was du mir auch entgegen bist. Du sagst, ey, wenn ich dich schon hier meiner Freundin vorstelle, das hat was zu heißen. Das habe ich damals auch verstanden, weil ich weiß, wie wertvoll so ein Netzwerk ist. Und so hat sich das wirklich über Jahre aufgebaut, wo ich wirklich geschaut habe, dass ich, wenn du mich nach irgendwas gefragt hast, ey, hast du einen Kontakt da? Dass ich halt so, ja klar, Digga, hier, schau mal, was du daraus machen kannst. Ja. Weil mir war vor allem wichtig, dass wir, dass die Freundschaft sich einfach aufbaut. Weil ich habe das schon gemerkt, für mich relativ schnell endlich jemand, mit dem ich reden kann, über die Sachen, wo ich auch hin will. Jemand, der schon da ist, wo ich hin möchte. Und das war viel, viel schichtiger als jetzt einfach nur, ey, body, wie geht es dir? Ja. Nein, stimmt schon. Was ich gemerkt habe in unserem Gespräch gestern, du hast was angesprochen, wo ich mir gedacht habe, das macht viel Sinn. Viele Leute haben das wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass viele Menschen da draußen wenigstens einen Menschen haben oder einen Freund haben, wo sie wissen, da kannst du einfach sagen, was du willst. Da brauchst du kein, wie sagt man, Blatt vor den Mund nehmen. Das wird übrigens auch oft passieren, dass ihr euch auskennt, ihr lebt schon seit, weiß ich nicht wie lange, seit 2014 in Amerika. Das heißt, zehn Jahre, das heißt, mein Deutsch ist nicht mehr das Beste. Und zeitweise denkt mein Kopf einfach Englisch. Und dann sage ich oft, ist mir schon aufgefallen. Dann sage ich, wie sagt man, wie sagt man, weil es einfach nicht mehr weiß. Aber wo war ich jetzt? Achso, ja, hoffentlich hat jeder einen Freund draußen, wo man sagen kann, was man will, wo man weiß, da kommt nur Ehrliches zurück. Und das habe ich halt mit Sven, wo ich einfach immer erzählen kann, was ich will, weil ich nicht dazusagen muss. Übrigens, bitte Sven, das, was ich dir jetzt sage, bitte, das bitte nicht weiter erzählen. Erst, auch zu, bitte, das, aufpassen, nicht erzählen. Brauche ich nicht machen, Alter. Weil ich kann ihm A sagen, da zählt das nicht weiter, dann sage ich ihm D, sagt der A nicht weiter, und dann sage ich Z, sagt der A nicht weiter. Das heißt, egal, was ich sage, bleib bei ihm. Das ist ein, wie sagt man, ein Trait, ein Trait von einer Person, die extrem wichtig ist. Hast du das mal blöd gefragt, für alle, die jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Medienbranche in den USA nicht so kennen. Und du warst ja, sagen wir mal, wirklich in der krassesten Hype-Group-Freundesgruppe überhaupt. Ihr habt Milliarden Views geschoben und ich kann mir vorstellen, ihr habt euch supported, ihr wart Freunde, bla, bla. Aber wie war das, wie war das da, wie hast du das so über die Jahre wahrgenommen? Also ich bin noch da. Was? Ja, red wieder, du warst kurz, kurz gelaggt. Ich habe dich nicht gehört. Nochmal. Okay, nochmal, also bei mir hat es nicht gelaggt, aber was ich wissen wollte, für die Leute, die die Medienbranche aus USA, oder sagen wir mal, vor allem die Social Media Bubble nicht kennen, ihr habt Milliarden von Views. Ihr habt in einem Haus gewohnt, ihr habt zusammen täglich Content gemacht. Aber wie war da das Vertrauensverhältnis und wie hat sich das über die Jahre dann entwickelt? Also das, die Zeit werde ich für immer in einer Truhe in meinem Herzen tragen. Das war wie ein Film, Alter. Also wir haben alle in einem Gebäude gewohnt und die Türen waren durchgehend offen. Ich meine, jetzt kannst du das eh erzählen, weil es wurscht ist. Aber damals haben wir nicht einmal darüber nachgedacht. Da bist du einfach automatisch in eine andere Wohnung reingegangen, weil du gewusst hast, hörst, ihr war Videoidee, drehen wir das? Da war es nicht. Ah, bist du zu Hause? Ding Dong. Hallo? Nein, da war immer die Tür offen. Du bist einfach mit dem Lift runtergefahren, reingelaufen. Hallo? Drehen. Ihr war Idee. Ja, passt. Geht schon los. Ching, 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 Ching. Geil. Hörst, kannst du mein Video sein? Kein Problem. Was brauchen wir? Das? Ching, Ching, Ching. Hörst, gehen wir zum Patch rüber. Ja, passt. Patch. Ding, dum. Oben rein, erst Videoidee, da, bam, bam, bam. Dann aus dem Fenster rausgeschaut, rüber, Logan, Video, ja? Marc, Georgie, geht schon. Passt, rüber, Bing, Bong. Einfach geil. Also die Energie da drin war, da haben wir uns gegenseitig so motiviert, wo wir uns gegenseitig runtergemacht haben, aber in ein Motivationssystem, also nicht jetzt negativ, sondern dass man sich schlecht fühlt, sondern einfach ein bisschen in Arsch treten. Wo es geheißen hat, wie viele Videos hast du heute gedreht? Zwei, Alter. Ich habe vier gemacht. Alter, was? Vier? Level up, mein Freund. Level up. Ja, Alter. Gut. Am nächsten Tag bist du wieder nervös, machst schon wieder vier Videos, bist in drei andere Videos dabei. Wie viele Videos heute? Sieben, Alter. Was? Der nächste. Bam, bam, bam. Also die Motivation da drin war schon bombastisch. Und am Abend, wenn dann jeder fertig war mit Videos drehen, sind wir ins Kino gegangen und haben uns irgendwas, sind wir wirklich mit den Hoverboards runtergefahren, ins Kino rein, heim und dann nächsten Tag wieder das Gleiche. Und das den ganzen Tag. Das war einfach lustig. Aber du hast auch Freundschaften gehabt, wo du gewusst hast, okay, mit dem kann ich reden. Und dann hast du Freundschaften gehabt. Und das ist der gute Punkt. Du hast für verschiedene Sachen verschiedene Freunde. Du hast einen Die Hard, wo du alles erzählst. Dann hast du einen, wo du sagst, ah, mit dem Freund gehe ich oft, was weiß ich, irgendwas, Fußball spielen oder Basketball spielen oder was auch immer. Weil dem taugt das genauso wie mir. Mit dem anderen gehe ich Motorrad fahren. Warum? Ja, weil dem taugt das genauso wie mir. Aber heißt das nicht, dass du mit dem über Business redest. Weil den interessiert Business vielleicht überhaupt gar nicht. Der will nur 5.000 im Monat machen und ist happy. Und mehr würde nicht. Und dann redest du aber mit einem anderen Hover, der sagt, ich will 100.000 machen. Ja, mit dem will ich dann mehr reden. Was hast du für Ideen? Nein, ich habe die und die und die Idee. Und was machst du? Nein, ich mache das und das und das. Gutes Beispiel ist mit Investing. Rede auch nicht mit jedem. Da rede ich genau mit den Leuten, die komplett geil drauf sind. Mein Nachbar zum Beispiel ist komplett in Real Estate. Der hat über 100 Real Estate. Sein Portfolio hat 100 Rental Properties drinnen. Wo ich mir denke, mit dem will ich reden. Der versteht das. Der findet das genauso geil wie ich. Und mit dem tausche ich mich halt dann aus. Weil bringt mir halt nichts, wenn ich mit wem drüber rede, den es erstens nicht interessiert. Und zweitens, der auch keinen Mehrwert bringen kann. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube auch, dass es egal, ob es jetzt bei dir Investing ist oder es ist jetzt zum Beispiel bei mir mit, bei mir hängt es jetzt gerade, aber ich hoffe mal, dass die Aufnahme trotzdem weiterläuft und aufzeichnet. Deswegen rede ich einfach weiter. Ja. Das ist egal, ob es bei dir mit Investment ist oder generell, wenn Leute wie ich vom Dorf kommen, du auch, Wien, bei mir aus Erlangen da die Gegend, kleines Kaffs, 2000 Leute. Da fängt es ja schon an, wenn du anfängst, große Träume zu haben, größer als alle um dich herum. Du kannst es eigentlich fast niemandem erzählen, weil die meisten werden es niedersprechen und sagen, ja, mach mal das Gescheit, das ist unrealistisch. Bis heute, ich habe meinen engen Freundeskreis hier auch in München, aber du und Igor, ihr seid die einzigen, mit denen ich halt drüber reden kann, wo die nicht sagen, die nicht sagen, ah, das ist Arschloch, sondern, ja, okay, geil, wir kriegen was hin. Ich habe einen Tipp für dich, weil was ich hasse ist, nur zu sagen, ja, aber es ist unrealistisch, aber keine Lösung. Dann, Junge, in der Zeit, in der du mir erzählst, das ist ein Problem, dann mach doch, schreib auf, nimm einen Stift und find eine Lösung und sag, Sven, das ist eine Lösung, mach so. Aber das ist zum Beispiel für mich Arschloch, das ist für mich halt, bringt mir dann, diese Art von Freundschaft bringt mir nichts, wahrscheinlich bin ich gerade wieder bei dir gehangen, ist mir aber egal, diese Art von Freundschaft bringt mir dann nichts, deswegen quatsch ich halt mit dir drüber. Das ist schon abgefuckt, weil es die ganze Zeit hängt. Ja, alter, bitte, falls ihr noch immer zuhört, bitte subscribt zu diesem Kanal, alter. Ich musste im Affen da drüben ein besseres Internet kaufen. Ich musste, schaut euch einmal seine Qualität an. Der weiß nicht einmal, was Internet heißt, alter, wie man das aufschreibt. Das gibt's ja nicht. Ey, ich warte mal. Das hängt da schon wieder. Bei mir hänge ich nicht, alter. Okay, nein, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Wir schauen einfach, ob das was wird. Also, wie gesagt, Jungs und Mädels, danke fürs Zuschauen. Wir werden das einmal testen, bevor wir da jetzt noch 30 Stunden drüber reden und dann nimmt das gar nichts auf. Wir werden das einmal antesten. Ich will in Sven ein besseres Internet kaufen. Dann kaufe ich ihm auch schöne Kopfhörer. Das ist auch, dass er nicht ausschaut wie ein Vollschwammerl. Und dann schauen wir, ob wir das zusammenbringen. Vielleicht kaufen wir ihm auch einen Laptop. Also, dass die Investitionen, den kleinen Bub da drüben, wieder einmal große werden. Aber vielleicht zahlt er sich ja aus. Bei Gush kennst, bitte auf Abonnieren drücken. Und dann einfach jedes Mal, wenn du das Video anstartest, musst du mal sagen, Gush kennst. Und wenn das Video aus ist, sagst du noch mal Gush kennst. Ich würde sagen, in der nächsten Folge reden wir dann noch mal ausführlicher darüber, wenn wir sicher sind, dass es auch... Wenn dein Internet besser ist, du kleiner Krapfen. Das nächste Mal stecke ich es direkt an den Router. Alter, du bist über das Wi-Fi? Ja. Alter, da... Okay, ich gucke es. Stopp. Stopp. Da ist es vorbei. Stopp. Stopp.